herzlich willkommen zurück zu let's play pokémon as far as adventure diese folge geht es mit dieser route weiter route 19 müsste das sein und naja es geht heute weiter der erste kampf direkt wieder ein doppelkampf 50 ich will jetzt einfach beides gerade französ also das geräusch also surfer und sp auf x fad genau muss ich jetzt erstmal die vergiftung heilen da habe ich sofort ein gegengift hier das ist praktisch ziemlich verwirrter weg wieder mal die man sollte sich nicht darauf verlassen dass die wanderer boden pokémon haben sie anscheinend nicht so zum glück habe ich getroffen das nächste ja toll jetzt habe ich das auszusehen übersprungen vielleicht ja der hat ja sein ich werde wohl mal das hier einsetzen und fliegen und es reicht sogar team 23 da gehe ich jetzt noch mal kurz heilen das ist ja gleich hier oben okay geht noch hier lang genau hier es ist ja jetzt nur noch der letzte orden und dann die pokémon liga wahrscheinlich ich weiß ja nicht genau wie das wie das spiel abläuft aber es müsste aber fast geschafft sein ja toll und da muss ich erst gegen jeden kämpfen ich hoffe mal dass es jetzt nicht sofort ich hoffe mal dass es jetzt nicht sofort ein klick gehabt shift wheel das weiß ich jetzt was es ist das ist tango list das hat nicht ich guck mal ob es da ist jetzt hat es ich hätte alles nichts gebracht aber ja komm bitte yes nice tm 41 man findet ziemlich viele tms hier unten geht es anscheinend auch lang krippel tag das hätte ich vielleicht sogar gesehen wenn ich nicht gesurft wäre da habe ich glaube ich gar nichts direktes gegen gegen typ unlicht ich weiß nicht ob typ geist ne typ geist nicht welche ich weiß es immer nicht genau noch eins und jetzt kommt noch eins und ich habe übrigens purenta den ep teiler gegeben vor der folge weil es niedriger als von gengar war der wird 56 das ist schon ziemlich hoch ähm IT jenna keine ahnung was das ist ach so genau stimmt ja geht es hier oben noch irgendwie lang den habe ich schon besiegt dann muss ich anscheinend jetzt weiter hier runter und hier unten ach so ich war eigentlich ach so und hier unten hier müsste ich schon alle besiegt haben wir müssen auch schon alle besiegt haben und jetzt wieder noch eine kam es ist cool ähm das müsste eigentlich reichen naja da reicht jetzt auch Extreme Speed so Tropio Slav 37 Earthquake, ja, Earthquake geben Rockfall ähm, da oben ist noch ein Trainer hoffentlich aber es reicht mal gucken, ob der Epitheller jetzt ich lasse es erst mal so ähm, hier, Purenta braucht die Level, ja so, die Frage ist jetzt, ob ich hier rüber muss sieht so aus, ja, sieht so aus mal gucken, ob hier noch was ist ach, das ist anscheinend zum Überspringen der Route ne, das will ich nicht ah, direkt der nächste Kampf hoffentlich reicht Flammrad aha, Mist aber ist halt so schlimm ähm ich könnte ja mal Sediments einsetzen aber ich sehe gerade, es hat gar nicht Gegentyppflanze das ist das ist das ist das ist das ist das ist so, jetzt werde ich noch weitergucken ob hier noch was ist unten vielleicht ne, sieht nicht so aus ne, sieht nicht so aus ne, dann kann ich auch weiterlaufen den hab ich auch schon wie sieht ne, den hab ich auch schon wie sieht ne, geht's hier lang hier oben könnte man surfen, aber ich glaube nicht, dass da was ist oh, wieder ein Doppelkampf was cool ähm 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 da wechsel ich oder da ich probier's mal ich probier's mal mach ich mal extreme speed ok hier unten geht's noch ah, da ist noch was geht's sogar wirklich lang ich müsste eigentlich erstmal wieder zum pokémon sind da zurück, aber das wär jetzt Zeitverschwendung ach, hier ist gar nichts außer der Trainer ach doch, hier muss ich lang ich muss hier sogar lang ähm da ist noch was pipi max, nice noch ein Trainer noch ein Trainer der aber anscheinend sich nicht so genau um, umguckt ich glaub nicht, dass es reicht, ja äh äh Elements zack ist Leafplate Laubklinge? müsste es sein oder Rasierplatte oder Rasierplatte ich weiß es nicht genau entweder Laubklinge oder Rasierplatte ähm fbm of Zubiris und fliegen oh oh er wechselt ach, er hat's gewollt er hat's gewollt er hat's gewollt okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet ich hoffe mal, dass es jetzt so reicht yes 38 hm da geh ich hier so drauf nein, das geht ja auch auf Pikachu ja okay, Pikachu das war schön mit dir ach, was mache ich denn? haha okay ich bin ziemlich unkonzentrierter scheint mache ich Dragon Breath und Earthquake bringt nix Toxin Toxin könnte ich einsetzen ähm Bodyslam mal ausprobieren wie ich sie ja da war's das mit Noctur da ist noch ein Pokéball da ist noch ein Pokéball mal gucken, ob hier oben noch was ist ne ach, da unten geht's noch lang, oder? mal schauen ach, das war nur das kann man anscheinend nur die Rot überspringen ach, das war nur das und da ist noch ein Trainer ach, ich probier's einfach ich probier's einfach Doppelkampf ähm aber es ist jetzt nicht unbedingt was Starkes ähm ähm ist das Typ Flug oder ist das Typ Drache? Typ Drache, ok hm da mache ich das so man zieht nicht so viel ab Toxin Bodyslam ah Mist und zack und mache ich einfach nochmal Bodyslam ok hoffentlich habe ich Glück ähm wo ist der denn jetzt? Übertrag? genau, hier und ich mache einfach Outrage ok und dann halt nicht Gigasauger, was soll ich sonst machen? tue ja h puchy jener mh mhm hoffentlich komme ich auf der nächsten route an also genau ja hier schon hier ist ein pokémon center regnet zwar aber zu lang was mache ich was ist das denn für eine stadt ziemlich umständlich so da habe ich jetzt meine pokémon und dann war es mit dem part nächsten part werde ich noch die route werde ich gucken ob da noch was ist und das was dann bis zum nächsten mal tschüss